Ich bin Christopher Clarke, Australier, Professor für Geschichte. Die Deutschen und ihr Land, will ich erforschen, ihre große Saga durch die Jahrtausende erzählen. Bereit sind so spät, wie ich dachte, ich bin. Dies ist die Geschichte von Deutschlands Städten. Sie ziehen die Menschen an. Über 80 Prozent aller Deutschen leben hier. Aber wie wurden sie, was sie sind? Ganz egal, wo sie wohnen, auf dem Lande oder in der Stadt. Diese Geschichte geht uns alle an. Die Geschichte geht uns alle an. Wie haben Sie das gemacht? Aber das ist gar nicht blind.